Musik Hildegard von Bingen, eine Universalgelehrte, Seherin, Philosophin, Heilerin und Benediktiner-Nonne, eine der bedeutendsten Frauen des Abendlandes, 1098 bis 1179. Als Geburtsort mit Taufkirche wird der Weinort Bermersheim vor der Höhe bei Altsai angegeben. Die Taufkirche, heute eine Simultankirche, ist fränkischen Ursprungs. Der romanische Chorturm und das Langhaus stammen aus dem 12. Jahrhundert. Als Geburtsort, wird allerdings auch, wie der Hosenbach im Hunsrück, der Vaterwohnsitz angegeben. Musik 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 Vielen Dank.